hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von faktorio hier aus die game studio mein name ist master schröder und ja wie ihr seht ich habe bis jetzt nicht noch nicht dazu durchgerungen das hier eventuell irgendwie in irgendeiner art und weise auch nur beendet sieht irgendwie sehr scharf aus hier das bild von dem widerstand ne also das umzubauen da bin ich nicht zu gekommen in der woche einfach zu viel anderen krempel zu tun gehabt also dieses so gänzlich umzubauen dann muss ich mal gucken das muss ich noch mal irgendwann machen schaffen aber ja wie gesagt das war ist ja schon ein mächtiger bock gewesen den ich dahin gebaut habe das war gar nicht mal so schön aber was wir zu machen manchmal macht er halt eben einfach nur blödsinn ich hoffe dass die ganzen kameraden hier dann jetzt richtig gleich gesetzt sind da fehlt uns ein strommast das brauchen wir natürlich nicht dass ein strommast fehlt immer alles schön nacheinander bauen hier damit die kamera dann auch loslegen können und alle werke auch produzieren da müssen wir noch mal nachgucken nachher aber ich denke mal das sollte eigentlich klappen jetzt dann müssten wir eigentlich ganz gut hinbekommen haben ich habe in den kommentaren gelesen dass bei dem einem bau aber ich denke das war noch der alte bau dass ich da irgendwo einen knick am roboter schief gebaut hatte falls das noch der fall sein sollte also ich werde jetzt nichts reparieren könnte das noch mal drunter schreiben dann muss ich mir nur verzweifelt merken wo er stand das ist gar nicht mehr so einfach da ich jetzt sowieso ah ja gucke der ist komplett falsch rum schon mal der steht schon mal der ist ja total falsch da fehlt auch ein förderband stück haben wir dann auch noch sitzen habe ich das noch immer vergessen ach so das ist ja alles neu gekommen ja okay gut nee dann ist okay dann darf das fehlen hat er gefragt warum das fehlt eigentlich dürfte doch kein förderband fehlen aber nee das stimmt das darf fehlen so dann gehen wir mal weiter hier mit den kameran voran und da haben wir ja auch hier entweder ein förderband der muss in die richtung gucken der muss in die richtung gucken der und der irgendwas komplett verbaut so irgendwie das zeug aber auch in der tasche war das hier noch glaube ich na gut muss ich nachher einsortieren immer hier und dieser da so das sieht gut aus dann können wir jetzt den kameran hier setzen und den kameran den kameran den kameran das sind die komplizierten hier die jungs die dahin kommen hier müssen wir noch sitzen hier na gut ob der jetzt da steht ja na gut der vollständigkeit halber steht er da hat aber irgendwie sogar keinen nennwert an der stelle jetzt müssten alle eigentlich nur noch da gucken wollen da sind sie alle die arme na gut dann nehmen wir erstmal nach unten gucken ob wir schon welche wieder produziert haben oder produziert wurden und hier fehlen uns natürlich jetzt die bretter und sowas also damit wir dann ranlegen und loslegen dass wir die denn wirklich denn in massen hier hoch transportieren also da brauchen wir wirklich jede menge von produzieren glaube ich zwölf stück hast du mir gemacht das ist ja relativ wenig was fehlt dir denn dass wir hier wie hier ist hier ist hier ist so ok zahnräder aus stahl für den das ist ja wieder sehr schade aber mit zu machen und menschen dem hart wie ein koffergriff nehmen wir ein paar mit und schmeißen die unten rein so dann hopplati hopp da geht es hier hinten auch gleich weiter bei den teilern da brauche ich ja auch noch mal jede menge für die andere seite ich bin am überlegen ob ich die andere seite schon auf mehr lücke baue dass ich da nicht so ein kompliziertes verdrehtes also dass das quasi diese verdrehtheit hier alles das nicht stattfindet sondern dass das dann weiter auseinander gezogen ist auf der seite das würde uns ungefähr um ja lass mich lügen ein feld breiter wird das denn hier und hier werden es also es wird um drei felder pro karriere breite also pro produktions ding da waren neun haben glaube ich neun 18 solcher fabriken hier müssen neun sein und mal also quasi dann ich denke mal dann werden wir hier hinten ankommen aber das stück würde immer noch ausreichen um die roten chips dann fertig zu machen weil das ist ja nicht allzu viel so jetzt ist hier schon wieder essig und das liegt schon wieder an den zahnrädern alles klar das ist ja ein dingeling dann gib mir mal noch ein paar davon produziert mal los naja die können sogar ab und zu können die letztlich hier was reinlegen dann geht hier auch der stahl wieder weg und so das ist doch schön da ist noch was in arbeit so meine bauroboter die haben noch zu tun 101 aufträge liegen die nicht mehr warte mal abriss abriss hier haben sie noch ordentlich zu tun die kisten sind hier noch vier stück frei das heißt also da können sie auch noch ein bisschen was reinlegen ah hier ist jetzt natürlich die eisenkiste mit 1,4k eisen diese erstmal raus zu nehmen das ist natürlich dumm aber gut was wir zu machen gut da liegen nicht allzu viele mal drinnen passt schon die müssen ja repariert werden oder sowas ne ach die kommen damit wieder raus und die müssen rausgefiltert werden ja genau das war das ja alles klar ok in winter ist voll keine haltestelle die guten board anbietet wir kennen es wir kennen es wir kennen es wir wissen was da los ist ich werde das aber auch irgendwann mal schön hinkriegen so jetzt gucken wir mal ob die 60 stück die ich jetzt habe die müssen eigentlich erstmal reichen um das da oben alles in betrieb zu nehmen ähm zumindest einseitig und dann werden wir uns dann einen plan machen wie wir es auf der anderen seite ausbauen und dann denke ich mir wird auch der stromlaufplan schöner aussehen weil wir einfach ein bisschen mehr platz kriegen weil wir ja an manchen stellen einfach ähm ja besser bauen können besser bauen können ah fuhr irgendwo steht hier einer drinnen der nicht reingehört und das ist natürlich totaler blödsinn hier das soll ja natürlich nicht passieren hier blödsinn erstmal runtersaugen hier hier dann sind die 60 brauchen oder nur nachher noch mehr transistoren die ich auch nicht muss Postern ganze familie haben Transistoren, das ganze Familie haben und hier, das gibt es auch hier, so kriegst du mir noch ein bisschen Zoll da hinzu. Gut, das ist ja ekelbostig hier. Ah, einfach mal vorsichtig sein beim bauen. Nicht so viel... Das ist aber gefährlich, ne? Jetzt rutsche ich nicht nach unten, nein. So, dann brauchen wir hier unten, hier unten, hier unten, hier unten, hier unten, hier unten, ah ja. Ah, steht auch einer falsch, der steht auch ziemlich falsch, der steht auch ziemlich falsch, der auch, der auch, der steht richtig. Na gut, so, müssen wir die Kameraden hier erst mal wieder davor stellen, der steht auch ziemlich, ne, der stand doch, oder? Ja, ne, ich dachte, der stand richtig. Der stand ziemlich richtig, ähm... Na gut, das ging ja noch, das war ja nicht mehr mal so verkehrt. Ähm... Na toll, also hier haben jetzt die Kameraden... Ich muss hier komplett verkackt, wie, ne? Ich gehe doch wieder ab. So, du sollst... Ist es mir egal, du sollst da hinlegen und von da nehmen, von da nehmen. So, ich weiß nicht, ob die doppelseitig hier belegen. Oh, die müssen, doch ja, die müssen doppelseitig belegen, hier, ne? So, dann nehmen wir das jetzt mal hier. Dann stellen wir hier nochmal einen hin. Dann haben wir die wieder alle verkackt hier. Okay. So, und du müsstest... Ah, hier müssen wir auch noch so einen hinstellen. Ja, ich denke mal, dass das durch die... Durch das Durchziehen passiert, von den... Von den Roboterarmen, die ich hier so durchgezogen habe. So, so. Okay, dann müssen wir jetzt hier noch wieder welche hinstellen. Die müssen dann... Der muss so funktionieren. Der muss so funktionieren. Der muss so funktionieren. Der muss so funktionieren. Ist da überhaupt Quatsch drinne? Der Förderband, okay, so, weg damit. So, der muss dann... So funktionieren. Der steht richtig, der steht richtig. Okay, der Rest passt wieder. Jei, 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 jei. Ganz schön viel Unsinn, die wir hier wieder gebaut haben. Ein Boot meckert immer noch rum. So, sehr schön. Gut, dann haben wir das. Äh, und dann können wir jetzt hier die unterirdischen noch setzen, die hier oben reingehören. Und damit hier das Material noch weiter getragen wird. So. Und dann natürlich die unterirdischen Stücke hier. Ja, das auch noch. Den hier noch. Den da. Und dann das hier. Und jetzt müssen eigentlich hier volle Produktionskette anliegen. So. 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 Könntest du aber kriegen, das Ausgangslager ist voll. Ausgangslager ist voll, Ausgangslager ist voll. Können wir noch kontrollieren. Und gucken. Dabei einmüsst dir so ein bisschen wie es als Ausgangslager voll sein. oder sie müssten mindestens produzieren, dir fehlen Consistrosen. Hier fehlen Silikonrafer, naja, da fehlen Greifer an. Na gut, das muss ich jetzt mal kontrollieren, ob die produzieren oder nicht. Und wenn sie produzieren, oder wenn sie nicht produzieren, warum sie nicht produzieren. Hat produziert, produziert, hat produziert, hat, hat, hat. So, ich habe gerade sogar. So. Den habe ich bestückt hier. Hat produziert, hat produziert, hat. So, okay, hat alles produziert, aber hier fehlt noch ein Förderband. Gut. Dann hätten wir das auch. Ähm, ja, das Förderband wird nur einseitig belegt. Am Ende hier, das müssen wir vielleicht mal noch ein bisschen... Äh, okay, warte mal, das kann ich sowieso ändern hier. Eben ein Abschluss hier. Mehr soll da ja nicht hinkommen. Kann man jetzt erstmal noch... Vorsichtshalber so machen. So, machen wir den einen halben, einen langen. Die rauslegen dort. Gut. Okay. Das ist doch schon mal gar nicht, äh, so schlecht. Jetzt funktioniert zumindest dieser halbe Strang hier schon mal. Und theoretisch können wir jetzt einen halben Strang von dem anderen Material noch fertig machen. Äh, wo der Rest dann da gebraucht wird. Ähm, Kohle wird wieder bloß einseitig vom Förderband abgenommen. Das ist natürlich ungünstig, dass das nicht, äh, sich... Das müssen wir mal gucken, dass wir das ein bisschen ausdividiert kriegen, dass das immer beidseitig dann draufgelegt wird. Das heißt also, wenn eine Seite hier, also hier unten irgendwo mal... Und dass wir das dann da mal drüber legen. Oder halt eben schon beim Belegen der Förderbänder darauf achten, dass das sich hier mal ab und zu quasi dann... Na gut, ja. Das liegt daran, dass hier die Kisten noch so voll sind. Also entweder macht man hier auch einen Mittelwert drüber, dass dann immer beide Seiten belegt werden. Oder man... Wir könnten ja hier sozusagen so ein... Leg mal... Also das Ding hier quasi einfach runterlegen und das Ding hier runterlegen. Und dann ist das ja eigentlich immer beidseitig belegt. Ähm... Also... Ich meine, das ist so dann, ne? Dann ist es immer beidseitig belegt. Dann kommt es aus beiden Kisten raus und dann... Irgendwie Förderbänder wenigstens voll. Glaube ich ganz fair so. Gut. Okay. Das dann erstmal hier zu. Dann, ähm... Gucken wir doch mal, dass wir hier ein paar Stahlsachen mitbekommen kriegen. Ich werde da jetzt so mal... Ganz kurz gucken, was ich hier so brauche. Damit ich hiervon ein paar mehr produzieren kann. Ähm... Da haben wir jetzt so 66 plus 6, die ich noch in der Tasche habe. Die werden auch nicht ausreichen für all das hier, ne? Ähm... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Neun Teiler pro. Ähm... Und neun Teiler pro. Ähm... Und neun sind 81. Also nochmal 81 Stück. Das heißt auch hier müssen wir noch ein paar produzieren. Aber es liegt ja hier auch an den Zahnrädern. Von daher, wenn ich jetzt die Zahnräder hier rüberhole, dann... Sollte da ja demnächst vielleicht eventuell sich ein bisschen was äh... tun. Gut, dass wir da nur noch genügend von kriegen. Nehmen wir die erstmal hier rein. Die werden ja relativ schnell verbaut. Den Rest haben wir auch noch alles hier drinnen. Das ist schon mal ganz gut. Und da haben wir 4.006 Carbon geliefert. So. Und jetzt kümmern wir uns noch um eins. Das machen wir heute noch schnell. Das können wir jetzt erstmal fertig kriegen. Wir werden, ähm... Die Bahnhöfe unten, ähm... Beim Anliefern des Materials noch anpassen oder verbessern. Ähm... Und zwar müssen wir beim Anliefern des Materials darauf achten, dass auch die Züge nicht voll sind. Ähm... Wurde mir dann noch geschrieben. Ähm... Weil das aktuell so... Okay, ist auch schneller. Irgendwie wird nicht schön, ne? Die können hinten rauslegen oder die dürften rauslegen. Aber es geht nicht rüber. Und das Fülleband ist leer hier. Produzieren die gerade alle nicht? Wollen die nicht produzieren? Da ist genug da. Da ist genug da. Ne, da ist genug. Die wollen also nicht produzieren. Okay, warum nicht? Schau mal raus. Die Oryx produziert mehr. Bisten liegen voll. Da hinten die Kisten sind leer. Oh, da kann ich was auch preisen. Äh... Sehr schön. Ähm... Ich hab ja jetzt in... 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 Oh, ja. In... 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 Ah... so gut dann brauchte ich hier den brauchte ich hier einfach mal einfach mal merken wäre cool so da ist der kombinator für berechnung der da rangeht und der kriegt quasi von der oben strick muss man grün da drüben machen von der oben strick da hinten drin und von da den strick da ran und dann einmal hier alle links da dran alles klar kombinator für berechnung hier muss man mit grün machen ist ja nicht was schlimm kann ich mir noch grüne kann ich mir davon nicht mehr machen hat das mit dem ausgegangen von der nähe ja nicht so ne ich ne kiste mit kisten das habe ich mir auch nicht schlecht um die kiste mit kisten hat sonst noch ein bisschen kupfer noch besorgen und dann werden wir da den bahnhof quasi noch modernisieren kann ich mir nicht denn die fütternden gleich selber machen 16 stück kann ich mir noch selber machen müsste dann reichen für den nahen bahnhof 3.24 das hat das bei dem links bahnhof auch noch mitmachen ach da müsste ich gleich mal gucken ob ich so ein kombinator noch bauen kann warte mal dann machen wir erstmal die 16 stück hier damit wir die weg haben ah ich habe gedacht hier steht noch kupfer rum verdammt auch nicht mehr hätte ich jetzt echt erwartet dass ich da noch ein paar kupferblutten finde ich bin ja schon wieder hier hinten verdammt ich wollte auch den bahnhof nur schnell machen und dann wieder los rennen wie so ein schneider hier nix in den taschen jetzt erst mal hier noch ein bisschen dinge produzieren das reicht dann auch schon mal die teile sehr gut so darf ich mal ein bisschen gekringeltes zeug haben ich möchte mir ganz gerne noch ein paar davon machen ach jetzt fehlen mir noch die platinchen die platinchen fehlen mir jetzt noch die habe ich gerade alle zum dings verarbeitet die bestückten so und dann fehlen mir eisenplatten naja das war ja auch wieder klar aber jetzt müsste ich eigentlich noch ein paar mehr von den greifwarmen gemacht kriegen nee da finden wir auch einen platin ok und dann ist ja mal wieder etwas neu jetzt ist aber nicht hier so schön ist alles noch rum kann ich erstmal nix von gebrauchen oh hier sind noch wooden boards das ist natürlich auch noch schön ok da gibt es hier wahrscheinlich auch noch welche eisenplatten riefen modi chang her so holen wir uns ein paar eisenplatten noch ein paar davon und dann machen wir uns hier noch ein paar stricke und dann ist uns das koper wieder ausgegangen da kann ich glaube ich hier noch was fehlt euch jetzt grüne chips fehlen euch jetzt ok gut dann sind wir jetzt an dem punkt angekommen wo wir jetzt das reicht doch nicht aus das wird nicht reichen glaub ich das wird nicht reichen das wird nicht reichen ok dann hole ich grüne chips nochmal in der charge aus dem grünen chips weg hier das ist sogar voll liegt sogar voll die anscha grüne chips ein paar raus müssen wir ein paar nachlegen so ja ach hier sind ja noch ein paar rote drüge sogar kommen die denn her ach der liegt dann da liegt einer wieder mit rein das ist ja pervers ok na gut das sieht dann schon ganz anders aus was sieht das schon danach aus als wenn man damit bloß anfangen könnte wir haben dann 100 200 naja neun mal 4 8 12 13 14 15 16 ich glaube 16 greifer mit pro sind drin 9 mal 16 sind könnte knapp reichen ne so ach so jetzt habe ich hier jetzt gegen körperbedienung für den faden den ich noch drehen muss oh man eigentlich wollte ich kupfer holen naja gut oh hier will einer gleich stahl holen tausendmal sehr schön funktioniert also auch also es sieht ja schon es ist echt schön also dazu zu gucken wie das so funktioniert wo es aber hin liefert und so da muss ich ehrlich sagen äh hat durchaus was befriedigendes äh wenn man so dem äh werk beim arbeiten zu sieht oder diesem ltn netzwerk ähm das macht halt echt gut also das muss man schon muss man wirklich schon sagen achso jetzt habe ich ok das müsste jetzt aber reichen und für den bahnhof habe ich auch zwei von denen ne habe ich nicht was fehlt mir da hm eisenplatte eisenplatte so jetzt können wir einen davon machen und dann geht es ab hier dann gehen wir da runter zu dem bahnhof und dann können wir den verkabeln aber das machen wir in der nächsten Folge ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr könnt ihr gerne ein like da lassen und oder ein abo äh ihr wisst ja und äh ja wir werden uns dann nächste Woche oder nächste Folge um den 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 bahnhof da unten kümmern und dann werden wir uns dann hier oben weiterhin drum kümmern dass wir hier den zweiten ähm strang auch noch drangebaut bekommen sollte ja alles an material da sein was man braucht ähm ja gut dann müssen wir das aluminium noch hier durch äh oben lang durch zack bis zack hier hinten hinbringen oder das können wir vielleicht auch hier in der Mitte einmal durch links aluminium weiß ich noch nicht und dann ist hier hinten nur noch die rote chip produktion und dann sind wir endlich damit wieder durch damit endlich mal wieder dann ist äh chip produktion erstmal in gang und dann müssen wir uns darum kümmern dass wir die runden boards quasi äh wieder hinbekommen das heißt also das was wir unten abgerissen haben bauen wir dann innerhalb eines carrés neu auf mit anlieferung ablieferung und allem was dazugehört damit es dann mal irgendwie schön wird also sonst ist es so geplant weiß noch nicht ob das auch so gut funktioniert wie ich das geplant habe aber ich hm auf einmal erstmal bin da erstmal guter Dinge so und dann sollte er ähm mit der oder dem improvement was wir jetzt hier in den bahnhof nachher gleich machen sollte er natürlich das mit dem zu viel von einem material ich guck mal ganz kurz ob da überhaupt im Zug drin steht der irgendwie da irgendwo material zu viel drin hat ne das geht schon mal ähm dann sollte das problem nicht mehr bestehen weil die lagermenge oder die transportmenge dann halt eben doch wirklich begrenzt ist auf 24.000 und nicht auf vollem Zug weil wir da ja erst abfahren wenn inaktiv ist und inaktiv heißt wenn diese kisten quasi komplett leer wären das ist ja nicht der fall bis denn tschüss